ja aber kann euer stuhl das kauft jetzt meinen stuhl und schaut der stuhlgang stuhlgang es ist stuhlgang link in der video beschreibung kauft jetzt mein stuhl allihallo meine freunde willkommen zu diesem monatenden video wir haben heute simon unge dabei aka black knight super schmocki ist auch mit am start das ist sehr schön dass ihr beide hier seid das spiel ist immer noch das spiel ist das ding ist also die haben auch gesagt die werden es nie fertig machen die sind so klug alter bei early access dann müssen die bestimmte sache nicht einhalten ey so die sind einfach hier wie heißt die epic games viel zu schlau viel zu schlau sind richtig clever oder ja viel zu schlau real talk deine erste runde seit wie vielen monaten ist das jetzt ich habe einmal mit eiferschein kurz eine runde aufs spaß gespielt vor als am anfang crafteck gestartet ist das heißt noch nicht so lange her also ungefähr anderthalb monat oder sowas oder zwei monate maximal aber davor habe ich auch nicht gespielt also guckt euch schmocki an den tryhard ist schon okay simon wenn ich jetzt den titel schreibe simon unge ist erste runde nach season 1 perfekt super ich würde sagen meine freunde nein hab ich doch gar nicht gespielt doch hey du hast ein black knight an dir war season 2 du hast ja echt ein black knight black knight ist aber season 2 gewesen ok lassen wir pleasant gehen jungs pleasant jaa pleasant ist gefährlich aber geil simon mit leertaste springst du raus simon den gleiter zumachen ich hab's gerade schon gesehen alter wie dein gleiter direkt aufgeht er schwingt ich wollte mit meinem veganen gleiter flexen den musst du jetzt auch auf meine kamera halten zeig mal meinen veganen oh alter die venus fliegenfalle venus fliegenfalle auch auf vegane basis du weißt ich hab den auch blau ich hab auch sogar den passenden skin dazu den skin hast du keinen anderer gekauft weil er so hässlich ist der hab ich auch nicht gekauft weil ich fand den übel scheiße trotz trotzdem obwohl es ein pflanzensuppert war ok wollen wir hier scheiße mann egal kommen wir dann jetzt hier einfach lass die bei mir Leute lass ihn knüppeln lass ihn wegknüppeln er springt runter haa ich hab ihn vertrieben ich hab getauscht mit ihm bro ich bin erst einmal zu seinen mates ich bin einmal zu meinen mates gelaufen ganz stark ach so dass die map jetzt so eine winter map ist krass oder einer knockt ab ein stark was ich zum beispiel gut finde ist an diesem spiel im gegensatz zu pubg oder anderen battle royale spielen ist es gibt nur eine map und die ändert sich immer und das finde ich richtig gut weil dann sind alle gezwungen immer dieselbe map zu spielen ansonsten hast du nämlich das problem bei pubg zum beispiel hast du das problem oh ne nicht diese map oh ne nicht diese map ich wollte eigentlich diese map spielen so und hier hast du immer eine map und du kannst nichts dagegen tun das beste also das finde ich eine viel bessere du kannst nichts dagegen tun es schränkt deine möglichkeiten ein und das ist beste ja aber es ist viel besser wirklich glaub mir es ist viel besser also ich finde es auch gut wenn fortnite eine zweite map rausbringen würde es wäre ja komplett self destruct dann gut sein aber zum glück macht fortnite nie etwas was gegen die community ist zum beispiel zombies finden alle gut hab ich gehört ne ich hab dich ein bisschen oh gott stand schon drin bruder was denkst du schmocky alter was ist mit dir ja sorry hättest du überzeugend gesagt schmocky bei dir ist jemand ich seh ihn ja oh gott schmocky hallo oh ich hab ihn so ge- ahja ich geb ihm 150er kann ich die blaue R haben ja sehr sexuell auch wenn du veganer bist tanz doch vor dem fisch komm mal her stell dich mal hier und tanz vor dem fisch ok mach ein emote vor dem fisch du musst dich hier der hier siehst du den hier oben nicht ach ist da oben der typ ja warte guck mal jetzt bewegt der fisch sich ist das nicht toll simon fortnite alter fortnite fortnite alter fortnite fortnite battle royale ist meine hauptaufgabe alter fortnite aber würdest du sagen fortnite ist deine also battle royale ist deine hauptaufgabe da ist ein zombie alter vorsichtig diesen saugefährlichen die tun dir auch weh ist das so dass die äh zombies sehr gefährlich sind die werden von der kompletten community geliebt ja krass das ist auch krass also die sache ist die ein flugzeug kommt von NO 42 hate 42 hate achso ich dachte ich treffe den spieler wow ich hab sogar das flugzeug getroffen egal das ist gut wenn das flugzeug kaputt geht oh die haben alle 50er gesehen und das sind drei stück da können drei leute auf dem flugzeug ja aber ich sehe mich nicht weil ich bin ja push ne einer ist close bei uns irgendwo einer schon down oh nein einer ist über mir ab ihn oh nein ich bin down nein ich hab ich hab ich hab ich flugzeug flugzeug auch den großen einmal über uns lass die gut holen komm ich hab einen typ drei hits gegeben aber der hat kein schild mehr der arme wieviel leben hat denn dieses flugzeug einer knockt zweiter ultra low ich werde gerade noch von irgendeinem anderen abgeschossen ich bin lau ich bin lau ich weiß ob er mich finischen wird bei euch mal lieber bei euch mal bei euch mal bei euch mal er will mich unbedingt für ihn er ist ultra low er ist ultra low Simon er ist ultra low Simon schnell Simon er ist ultra stark 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 da ist da ist noch einer ok zieht mich kurz hoch bro sehr schön ich zieh dich hoch bau du mal einen schmocky hier müsste aber noch einer von denen leben ne aber der ist glaube ich runter gefallen hier sind full heal und minis und die zone kommt ist egal ist egal schaffen wir alles gut ich nehm ich ich safe auch ok das läuft aber echt ganz gut digga also Simon mad respecto für deine ja erste runde ne erste runde das ist stark unge komplettes fortnite main tier auf jeden fall gegner richtung o 1 an 84er hit bekommen von mir stark aber das ist 84er headshot oder ja das ist heftig die waffe ich sag ja ja das ist schon krank für eine pistol die raffen uns nicht hat noch einer ich hab noch einen 42er head gegeben ich hab einen 42er head noch gegeben also die sind auf jeden fall schon gut angefrackt wirken jetzt nochmal die äh wau ähm der hat mich so gewummst sehr gut Simon stark unge stark Simon alter da hinten da ganz hinten sind laufen die einer hat noch einen 42er head bekommen böhn digga ich schmack sich auf jeden fall gut ab das sind 3 ja ich weiß ich weiß einer klaus bei mir ultra eklig ich hab's geschafft mich einzubauen alles gut hast schon lustig gemacht mit der Seilbahn gerne oh digga Katzenskin tryhard oh oh nein er ist über mir oh er hat mich verschockt oh Gott unter uns ja er ist nicht runter gefallen hab einen von den ultra low er wird mich finischen ja ich kann' mir grad nicht helfen da hab ihn hab ihn bei mir ist noch einer bei mir ist noch einer Gersu Rewi er kommt der andere von hinten wie kommt der denn von hinten imstraße ja hab ich da gerade gesagt ja aber ich konnte nicht anders der andere hat mich ja von vorne gepreshert ja digga mein spieler hatte maximal 2 hp oder sowas Und, let's go raus. Was? Warum jetzt? Ich mach die Ansagen. Ja, okay, wir gehen dahin. Nice, nice. Hallo Amal. Ich sag euch, die Zone wird bei uns sein. Und Amal, der wird auch zu uns kommen. Guck mal, Amal kommt auch zu uns. Er ist ein Eremann. Er ist ja ein richtiger Eremann. Amal, where are you from? No, no, Amal. 100 Hills, trust us. Da ist ein Bug, du kannst 100 Skars bekommen. Das ist die neue Meta, man braucht zu 100 Skars. No, I'm going... No, 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 no. Amal, Amal, please. Hey, mate, listen me. Komm, komm back here, komm back here. I can't go back. Amal, you need to go back. Do it for me. Erstmal jetzt die ersten 30 Sekunden nur fliegen. Das ist nämlich der Lifestyle. Okay, Amal, come haunted hills, come on. The Zone is next to us. WTF, Alter, ist die behinderste Strat? Nein, nein. Die Zone... Sorry, sorry, sorry. It's a bug. It's a bug. Schau mal, wo die Zone ist. Die ist nicht so weit weg, wie sie sein könnte. Sie könnten auch unten rechts in der Ecke sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Amal, Unge ist Pro-Player. Du musst Angie sagen. In Amerika. Angie, he's called us Angie in Amerika. Where are you from, Amal? I'm from Macedonia. Oh, Macedonia. Ah, nice. Very nice country. Er will einfach nur sein Leben geleben und du belästigst ihn. Simon, du bist Pro, du bist Angie. We are all from Germany and Angie is from Croatia. Okay, Amal, we're gonna destroy Pleasant Park and then we come to you, okay? No, no, I'm coming from Pleasant Park. Okay. Amal, how do you say I love you in Macedonian? How do you... In Macedonian it is Saka. Yeah, you too. Saka, my dick. Hehehe, er dachte ha. Er hat Schwanz gesagt. 150, 120... Da ist einer, da ist einer. Hab ihn. Och der arme Ralf. Yes! Da noch einer, noch einer. Nice, my first kill. My first kill ever in Fortnite. Er ist auf, neuer Shotgun! Nice! Ich hab ihn. Oh mein Gott. Hab ihn. Hab den anderen. Sehr schön. Er hatte einfach ne Shotgun, ich hatte ne graue Eier, hab ihn einfach im Nahkampf geholt. Weil ich einfach nur der krankeste Fortnite-Spiel bin, deswegen sag ich euch, die Taktik ist zu krass. Amal, sieh, wir haben so viele Kills. Wir sind sehr gute Spieler, Amal. Ich hab so viel Pain. Ich hab so viel Pain. Sag mal, du hast so viel Pain. Ich hab so viel Pain. Es gibt doch einen Rapper als Amal, oder? Ich hab 300 Winch. Wie viele? 300 oder 400. Ja, ich hab mehr. Sag mal. 12. So viel. Around 12 oder so. 1200. 100. Du kennst den Ninja? Ja. Ich bin derjenige, der ihn schießt, mit 100 Kills. Mit 100, 1000 Kills. Das ist mir. Genau. Und mein Vater hat mich, als ich 12 war. Das ist eine andere Geschichte. Okay, Amal. Komm zu uns, komm zu uns. Komm zu uns, mate. Ich hab auch einen Youtube-Kanal. Aber bitte schau es nicht, okay? Ich liebe ihn. Amal sind Irren, Mann, Alter. Ich hab 300 Wins. Ist das viel 300 Wins? Ja, das ist schon viel. Ich glaub ich hab 40 Wins. Amal, ich kann dich sehen. Echt jetzt? Hallo. Hallo. Von der anderen Seite. Oh. Habt ihr Gegner irgendwo? Geh bei mir. Oh, das sind mehrere, das sind mehrere. Komm jetzt. Wir spielen auch Squats, Bro. Die hauen ab. Links von uns sind die eh. Ja, die sind die. Ich seh sie. Okay, we need to go to the zone. The zone is very far away. Ich wurde gesniped. Ich wurde gesniped. Du, was? Musst mir halten, Jungs. Die pushen dich, ne? Haben wir einen geno- Amal, we can do it. Come on. The zone is coming slowly, but it's coming steady. It's coming slowly and steady as my dad. Oh no, he's not coming home. He left me when I was 12. Amal, what's your story? What's your story? So dumm, der Junge. I have parents. They left me when I was 2 years old. Oh, Bro, that hurts, that hurts. Did you live on your own with 2 years? Liga, wie er so mit seiner Story anträngt und so I have parents. Let's go down here, let's go down here, down here. I have parents. They left me when I was 2 years old. Es ist so traurig, aber es ist so witzig erzählt. Witz, witz, witz. Ja, überall halt, ne? Hier sind überall Gegner halt vor mich. Ich hab einen genockt. Hab ihn. Schön, ich hab ihn abgelenkt, dass wir sehen. Sehr schön, Digga. Let's go. Teamwork. Komm hier rein. Nimm die Shotgun, die Shotgun ist broken. Wo ist eigentlich Revi? Hier vorne, ja, ich fight die ganzen gegen Gegner. Oh, add low. Revi, add so low. Ich hab low. Hab ihn. Alles gut, Paul. Ich bin bei dir. Ich deck deinen Rücken. Okay, okay. Sehr schön. Ganz oben, ganz oben noch Gegner. Da oben sind Gegner, Brudy. Die pushen uns. Wir haben runtergeschossen. Die wollen uns pushen, aber wir schaffen es niemals. Spring, 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 spring. Ja, ja. Au, Junge, Schwock, die Ehre. Let's go. Der ist wieder dicker Bruder. Nein. Komm, schwitzer. Amar ist schon geläftet. Er ist einfach gegangen. Was? Amar ist ja richtig unehren, Mann. Ja, ich dachte... Der Typ ist bei mir. Ich hab mega das Problem, Jungs. Aber er hat mich hart zum Lachen gebracht. Hallo, der Typ ist bei mir, Jungs. Ich brauch eure Hilfe. Ja, ja. Bin ich grad wieder. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab halt keinen Bock gegen L1. Er ist so low. Er ist one-hit. Er ist one-hit. Hab ihn. Vor mir sind so viele Gegner, Jungs. Verlauf, 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 verlauf. Hallo. Ja, wir kommen, wir kommen. Ich seh's. Ich seh's. Ich schieß die ab. Echt jetzt? Nein. Scheiße, Mann. Der arme, arme, alle. Seine Eltern haben mich verlassen, als er zwei war. Jetzt hat er uns verlassen, Digga. Ja. Der kennt sich anders. Er hat sich anders gelernt. Der geht einfach, wenn er keinen Bock mehr hat, Alter. Der geht einfach. Ich hab einen. Stark, stark, stark. Wo ist Simon? Einer unterm Haus, einer unterm Haus. Von der Seite, wo die nicht mit mir rächen. Hab ihn. Simon, 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 du musst mir helfen. Ja, ich komm, ich komm. Unter mir, unter mir, unter mir, unter mir, unter mir. Direkt zwei Leute. Einer von denen ist knocked. Kommt her, kommt her schnell. Der eine ist knocked, der eine ist knocked. Der eine ist knocked. Boah, gegen knocked komm ich nicht an. Ey, wo seid ihr denn? Simon, genau. Okay, Smoky, ziemlich hoch, ziemlich hoch. Habt ihr einen gefinischt? Habt ihr einen gefinischt? Sehr schön. Okay, der ist low, der ist low, der ist low. Oh, Junge, ich hab die einen gefinischt und der andere, den hab ich ausgetrickst. Nice, Digga. Wie viele Kills hast du, Simon? Äh, zwei hab ich. Zwei Kills. Smoky 8, Alter. Sehr solide Runde. Die anderen, die anderen müssen entweder hier vorne links, oder nein, ich weiß, wo sie sind. Da oben, da oben. Einer genockt, einer genockt, einer genockt. Sehr schön, Digga, das war so wichtig. Soll ich sie pushen, oder? Ja, wir müssen, wir müssen pushen. Eigentlich müssen wir pushen, ja. Das sind die letzten. Los, 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 pushen. Ich hab ein, äh, Ding. Jump hit. Ich hab einen von denen gehittet. In beiden. Das sind Fahrräder. Hab high ground. Oh, der, er hat mich laut, er hat mich down, er hat mich down, er hat mich down. Simon, unter dir, unter dir, Simon, genau hier bei mir. Stark. Natürlich. Ja komm, Smoky, mach vorbei, mach zu Ende. Hab alle drei. Start, Digga. Let's go, Digga. Wie viele Kills hast du gemacht? Insgesamt? Elf, Digga. Ich hab drei. Stark, starke Runde, man. Sehr gut, Leute. Smoky am Ende nochmal ordentlich wegrasiert, Leute. Simon, tolles Strat, muss man sagen. Es war echt die Runde mit deiner Strat. Und? Genau, aber die Strat hat geholfen. Die Strat hat halt wirklich gebracht, ich glaub das grad nicht. Wir haben auch noch Amar kennengelernt, extrem wichtige Erfahrungen am Leben. Ja, man nennt mich auch, man nennt mich auch den Taktiker. Merkt euch den Namen, den Taktiker. In diesem Sinne meine Freunde, nutzt meinen Cradle-Account, schreibt bei Smoky in Simo vorbei, ich küsse eure Augen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.